Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für Mittwoch, den 6.01.2021 und unser DAX hat hier ordentlich rumgerührt, sich am Ende nur im Kreis gedreht, aber letztendlich trotzdem ein bisschen unsere Analyse geblieben. Das ist ganz gut, die letzten zweimal sind die Analysen doch etwas länger geworden. Ich bemühe mich ja dann doch um Besserung, da auch wieder etwas zurückzufinden. Gucken wir uns an, was wir haben wollten, können wir zusammenfassen. Eigentlich das gestrige Update im Sinne von kleines Aufwärtsgap, vielleicht an die 67, 800 ran, dann aber bitte nach unten, ein neues Tief und den Montag hier drunter, perfekterweise vielleicht sogar einen Bereich um 5.30. Dann nochmal zurück, hier in die Zone um 6.70, 6.50 rum und Abflug Richtung 4.60, 4.40. Betrachten wir das mal von der Schiene, ist der DAX eigentlich sehr gut auf der Spur gewesen. Ich meine, er hat unten ein bisschen verpatzt halt, na, er ist hier unten nicht ganz ans Ziel gekommen. Dafür dann oben ein bisschen weiter hoch, das sind so in etwa die, ich sag mal, 40 Punkte, die ihm hier gefehlt haben, die er jetzt halt auch oben zurückgedrückt, das heißt, die Bewegung ist allerdings passend. Sprich, würde unser DAX jetzt hier zum Mittwoch jetzt den Abgang machen, würde ich ihm nach unten dann entsprechend auch die Chancen einräumen. Die hat er definitiv, haben wir auch schon gesagt, dass es bestimmt auf den Tiefs nicht ganz so dynamisch weitergeht, weil die Leute schon wieder alle viel zu hüppelig werden und schon alle wieder viel zu viele Crash-Szenarien im Kopf haben, dass das hier die ganze Zeit durchfallen wird. Da wird er schon noch, wissen wir, dass, ähm, wir das, ich sag mal, wir die Leute da noch ein bisschen gedreht bekommen, das kriegt er immer hin, na, er fällt immer, er rennt immer in die Richtung weit, wo die Leute das gerade nicht kommen sehen. Und im Moment, wo wir schon nach einem roten Tag alle total geil drauf wären und denken, der DAX geht wieder an Grund und Boden, wird es nicht, der wird sich zu helfen wissen. Da macht euch mal keine Sorgen, das kriegt er immer ganz gut hin. Also, zum Mittwoch für mich, ähm, Szenario seitlich jetzt hier auf der Unterseite noch Potenzial, durchaus noch bis 530, bis 460, 460, 440, 13, 460, 13, 440, aber natürlich auch, ähm, Überraschungsmoment, um auf der Oberseite nicht außer Acht zu lassen. Das heißt, alles eigentlich, was über 13.700 startet, muss man schon sagen, okay, das ist nicht mehr so ganz im Plan, ähm, sprich, 13.67, 13.800, 13.860, das wären so Anlaufpunkte, die ich dann oben sehe, wenn der über 13.700 rausgeht, ähm, damit er das macht, was ich hier so ein bisschen im Sinn habe, müsste er eigentlich schon fast mit einem Abwärtscap rein starten, äh, und das dann auch offen halten. So, und das ist nicht ganz so easy, man sieht, man hat es deutlich gesehen eigentlich, jetzt auch zum Mittwoch, naja, wenn er angefangen hat, ein bisschen unten schneller, schneller zu werden, hat man sofort das Volumenvakuum, das rückläufige Vakuum, was dadurch in Orders entsteht, dann sofort wieder genutzt und den dagegen gedurchgedreht, und von daher, ähm, äh, wird es nicht ganz so einfach. Also, das sind schon noch viele Käufer, die hinzugegriffen haben, das hat man auf jeden Fall gesehen, ähm, da muss ein bisschen Druck reinbringen, und wenn die Privaten halt die ganze Zeit dann im Sentiment schon wieder massiv Short hängen, und das war hier definitiv der Fall, deswegen ist er auch nicht unten rausgekommen, Sentiment bei fast minus 40 gewesen, naja, so wird das nexalt, ne, so kommt er nicht unten raus, und das Spiel, das spielt ja so lange, bis die alle nur noch, äh, auf die Knie springen, die Hände nach vorne werfen und irgendwas von Long schreien, ähm, sobald das der Fall ist, dann kriegt er auch wieder nach unten eine schöne Rutsche hin, ja, aber so lange müssen wir hier noch ein bisschen uns gedulden. Ich finde es auf jeden Fall langsam stimmig, auch so mit diesem Impfstoff und so weiter, ähm, jetzt hat man da noch ein bisschen so dieses, 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 ähm, US-Wahl-Thema da so hochgezogen als Grund, da habe ich mich gestern schon ein bisschen drüber aufgeregt, ähm, ist aber vielleicht ganz gut, weil das dürfte jetzt Mittwoch, Donnerstag vom Tisch sein dann, und wenn das Thema vom Tisch ist, ähm, die Leute sich vielleicht wieder ein bisschen drauf fokussieren, dass doch jetzt ein Impfstoff da ist, und der Markt doch eigentlich das ganze Jahr nur nach oben steigen kann, kriegt man vielleicht langsam wieder ein bisschen ein Fenster, was unten aufgeht, ne, nicht, nicht, weil die Leute, ähm, dann das so macht, das ist einfach nur von mir eine Beobachtung, die ich immer wieder feststellen kann, und was ich euch auch seit Wochen und Monaten immer wieder erzähle, ähm, einfach weil ich sowas auffällig finde, und weil ich fast den Eindruck habe, dass das noch besser funktioniert als die Chart-Technik selbst, ja, und wenn man das dann kombiniert, ähm, hat man einfach einen schönen Vorteil, deswegen gucken wir da immer ein bisschen mit drauf, okay, gut, mehr kann ich ja eigentlich gar nichts zu sagen, ne, also, ähm, kommt dann nach unten, macht dann einen Abwärtsgib gerne, gerne, gerne runter, ähm, nochmal auf die 600, die ist nur unten halt 600, 626, ne, die wurde gut verteidigt, das ist ein, das ist eine wichtige Unterstützung, da muss man ein bisschen aufpassen, vielleicht auch mal einen Teilgewinn nehmen, wenn man da short ist, darunter dann eben Chance bis 5,30, auch durchaus ein bisschen tiefer nochmal als das Tief vom Dienstag, ähm, gibt es sich Mühe, 460, 440, das wäre dann auch schick, und das dann aber schon nochmal so eine gute Supportzone, ne, guckt euch hier links die beiden Spitzen an, das, mag der Markt, gleitende Durchschnitte, das ist schon, äh, eine interessante Zone, von der er zügig wieder nach oben kontern kann, halt, ne, ähnlich wie er das jetzt hier zum, ähm, Dienstagfrüh gemacht hat, ne, gleich zum Citraupen, da hat er ordentlich nach oben weggewuchtet, ne, das würde ich da unten dann auch eigentlich erwarten, okay, ja, und alles oberhalb von 13,700 ist ja ein Long, Überraschungspoment, kann er ausspielen, wie er Bock hat, also wenn er Bock hat, zieht er das bis 13.100, dann muss man ein bisschen aufpassen, dann halt, ne, das, äh, die Leute sind alle short gewesen zum Dienstag, ähm, im Kopf auch, äh, sind bestimmt noch viele auch in Positionen drin, die dann erstmal wieder ein bisschen vor sich schiebt, warum nicht, warum nicht, ne, kann er sich einfach dann ausspielen, also da würde ich ein bisschen aufpassen, 67 ist dort wichtig, die 13.800 und oben 13.860, Tagesschart, brauchen wir nicht reingucken, die Kerze, die ist für ein Arsch, wir haben geschlossen zwischen dem Tagesschluss von gestern und der Tageseröffnung von heute, das ist, äh, lächerlich, die Tageskerze hat eröffnet in dem Bereich, geschlossen in dem Bereich, war hier oben und hier unten, kann nur ein Doji sein, also, da brauchen wir nicht drauf gucken, die Kerze, die hilft uns nicht weiter, außer, dass der Markt sich nicht einig ist, in welche Richtung er gehen will, das haben wir auch erkannt, da brauchen wir nicht in den Tagesschart reingucken, das hat jeder mitgekriegt am Dienstag, von daher lassen wir den erstmal kurz zu und machen hier das Video zu, ich wünsche euch zum Mittwoch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder, bis dahin, ciao!